Mücke ist eine Gemeinde im Vogelsbergkreis in Hessen. Der Ortsname stammt aus dem keltischen Sprachschatz. Es leitet sich von Much bzw. Mak ab, das so viel wie feucht und sumpfig bedeutet. Urkundlich wurde der Name Mücke in Verbindung mit dieser Region erstmals 1482 in einer Steuerliste der Pfarrei Mälau erwähnt. Vor der Gebietsreform von 1972 gab es keinen Ort mit der Ortsbezeichnung Mücke. Jedoch eine Bahnstation Mücke an der Strecke Gießen-Fulda und eine postalische Ortsbezeichnung Mücke. Geografie, geografische Lage Mücke liegt in 200 bis 350 Meter Höhe im nordwestlichen unteren Vogelsberg am Oberlauf der Um eines Nebenflusses der Lahn, sowie dem südlichen Um neben Fluss Seenbach und dessen Nebenfluss Silsbach. Der Ortsteil Erzenhain liegt an der nach Westen zur Lahn fließenden Lungda auf dem sogenannten Lungda-Plateau. Das sich westlich anschließt und auf dem auch Berndsfeld liegt. Nachbargemeinden Mücke grenzt im Norden an die Stadt Homberg, im Nordosten an die Gemeinde Gemünden, im Osten an die Gemeinde Feldertal und die Stadt Ulrichstein, im Süden an die Stadt Laubach, sowie im Westen an die Stadt Grünberg. Gemeindegliederung Die Gemeinde Mücke gibt es im heutigen Umfang seit dem 31. Dezember 1971 als Zusammenschluss von ursprünglich zwölf selbstständigen Gemeinden. Sie bilden jetzt folgende Ortsteile Erzenhain, Bernsfeld, Lenzungen, Großeichen, Höckersdorf, Ilzdorf, Merlau, Niederomen, Oberomen, Ruppertenroth, Sellenroth, Wettsasen, Pflenzungen und Merlau bilden die Kerngemeinde Mücke. Für die Kerngemeinde wurde der Ortsbezirk Mücke mit Ortsbeirat und Ortsvorsteher eingerichtet. Im Übrigen gibt es für jede der früheren Gemeinden eigene Ortsbezirke, deren Grenzen den seitherigen Gemarkungsgrenzen folgen. Niederomen ist mit 2.800 Einwohnern der mit Abstand größte Ortsteil. Eine Besonderheit stellt der Ortsteil Ilzdorf dar. Bis zur Gebietsreform lag ein Teil des heutigen Ortsteils Ilzdorf im Altkreis Alsfeld. Während der andere Teil des Orts als Solms Ilzdorf zum Landkreis Gießen gehörte. Grund war, dass Ilzdorf früher Teil der Provinz Oberhessen der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt war. Während sich Solms Ilzdorf im Besitz der Grafen von Solms befand. Auch heute wird diese Teilung noch sichtbar, da der Ort nach wie vor über zwei Friedhöfe verfügt. In dem heutigen Mücke Ortsteil Pflenzungen befindet sich der geografische Mittelpunkt Hessens. Punkt. Punkt. Geschichte Im September 1583 schlossen Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel und der neue Mainzer Erzbischof Wolfgang von Dallberg in Merlau den Merlauer Vertrag. Darin einigten sie sich über schon lange schwelende Grenzkonflikte zwischen Kur Mainz und der Landgrafschaft, wobei fast alle noch verbliebenen Mainzer Besitzungen in Nordhessen endgültig an die Landgrafschaft fielen. Dafür jedoch Hessen-Kassel seine Ansprüche im Eichsfeld aufgab. Im Vorfeld der Gebietsreform in Hessen erfolgte am 1. September 1970 der Zusammenschluss der Gemeinden Pflenzungen und Merlau mit Kirschgarten zur Gemeinde Mücke. Am 1. Oktober 1971 wurden die Gemeinden Höckersdorf, Ruppertenroth und Sellenroth mit Schmitten eingegliedert. Am 31. Dezember 1971 erfolgte die Eingliederung der Gemeinden Atzenhain, Bernsfeld, Groß Aichen, Ilzdorf und Wetzasen sowie der Zusammenschluss mit den Gemeinden Niederomen und Oberomen zur neuen Gemeinde Mücke. Politik, Gemeindevertretung Die Kommunalwahl am 6. März 2016 lieferte folgendes Ergebnis in Vergleich Gesetz zu früheren Kommunalwahlen. Eine politische Besonderheit ist das Jugendparlament Mücke, das sich für die Interessen der Kinder und Jugendlichen einsetzt. Seine 35 Mitglieder im Alter zwischen 14 und 21 Jahren werden alle zwei Jahre gewählt. Das Jugendparlament hat Rede- und Antragsrecht im Jugend-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeindevertretung. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Gemeinde Ludwig Funk, Räuber, Ernst Lehr, Physiker, Werkstoffforscher und Maschinenbauer, Namensgeber für das Lecher-Dämpfungsmaß. Hilda Stern-Cohen, Religionslehrerin und Lyrikerin, Überlebende des Holocaust. Harald Lesch, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist, wuchs in Niederomen auf. Tobias Reitz, Liedexter, wuchs in Niederomen auf. Punkt. Persönlichkeiten mit Bezug zur Gemeinde Reinhard Schober, Forstwissenschaftler, Nestor der Waldwachstumsforschung. 1945 bis 1948 Leiter des Vorstandes Niederomen. Cora Stefan, Publizistin, wohnt in Nilsdorf. Infrastruktur und Freizeit. Die Gemeinde Mücke verfügt durch die Autobahnanschlussstelle Homberg und die durch das Gemeindegebiet verlaufende Bundesstraße 49 über eine sehr gute Verkehrsanbindung. An der Autobahnanschlussstelle wurde daher vor wenigen Jahren das Industriegebiet am Gottesrhein inklusive eines Autohofes angesiedelt. In den Ortsteilen Meerlau und Niederomen befinden sich Haltepunkte der Vogelsbergbahn. Die Gemeinde verfügt über ein Hallenbad mit angeschlossener Sauna, das jedoch zum 1. Juli 2007 vorerst geschlossen wurde. Nach einem umfangreichen Umbau wurde das Bad von der Bürgergenossenschaft Hallenbad Mücke am 1. Mai 2010 unter dem Namen Aquarium wieder geöffnet. Des Weiteren gibt es sieben Kindergärten, zwei Grundschulen und eine Gesamtschule ohne Oberstufe im Ortsteil Niederomen und eine Sozialstation mit ausgebildetem Fachpersonal. In allen Ortsteilen befinden sich Dorfgemeinschaftshäuser, die für alle Arten von Veranstaltungen genutzt werden können. Außerdem gibt es ein facettenreiches Vereinsangebot. Einkaufsmöglichkeiten sind durch zahlreiche Supermärkte und Einzelgeschäfte in den einzelnen Ortsteilen gewährleistet. An besonderen Freizeiteinrichtungen gibt es den Ortsverein Mücke des Deutschen Roten Kreuzes mit Räumlichkeiten in Ruppertenrot und Meerlau, die christliche Seminar- und Tagungsstätte Pflenzungenhof. Auf dem Kratzberg in der Gemarkung Niederomen betreibt die Luftsportgruppe Mücke EV einen Modellflugplatz und im Ortsteil Atzenhain gibt es den Reit- und Fahrverein Mücke EV mit Reithalle und Reitplatz.